hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge wir fahren perfektes timing von grüder aber gar kein hexler bestellt sieht ja schick aus mann 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 dann habe ich es geschafft wenn wir den auf dem hof stehen haben dann haben wir es geschafft ich dachte dass wenn man weihnachtsgeschenk oder so freut mich ja aber wir haben ja noch nichts zum häckseln wenn es dann so weit ist ja aber der drescher steht dahin in der garage ist kein häcksel die lassen wir beim fermenter laufen da müsst ihr nichts dann auch da haben wir ein abkommen mit neumann aber wir füttern den auch und dafür kriegen wir dann die silage etwas günstiger oder wer das runterholen und alles meistern sie keinen anbauen bitte meistern sie keinen an ist ertragsreich oder eigentlich ja war richtig künkt und zweiter ja ich bin mal ein bisschen das gras abschneidet bin ich mal wirklich gespannt ich habe gehört das soll auch sehr ertragsreich sein elefantengras war ja auch sehr ertragsreich ich habe noch nie ich habe schon rumgefragt aber es hat noch nie einer wirklich selber gemacht ja hier in der gemeinde habe ich auch noch nicht gemacht aber in der gemeinde wo ich zuvor war da haben wir es gemacht okay ich bin mal gespannt auf der 107 habe ich ja auf dem pachtfeld ist elefantengras drauf mal gucken was dabei rumkommt ja ok aber lohnt sich das noch volker felder zu pachten kommt man da noch mit gutem gewinn voran also ich habe für die zwei felder ich glaube 50.000 gezahlt an pacht ok zwei ernten darfst du runterholen genau ok dann kommt man da noch gut weg vielleicht muss ich das auch mal überlegen es ist halt ein zeitaufwand na klar aber gewinn macht man auf jeden fall je nachdem was man macht ja ich will jetzt das elefantengras nehmen und dann meinen meine als brennstoff benutzen und hofft dass das hinhaut ja aber du hattest nach einem kaffee gefragt ja ich gehe heute herr krüger auch ein kaffee ja gerne schwarz mit milch und zucker nur milch schwarz und drei süßstoff wenn sie haben ja da kann ich bei zucker alles klar ich komme sofort wieder gleich ist für mich bitte also wir haben mit björn jetzt schon mal gesprochen ja und was meint er ein bisschen komisch was da so passiert hat er auch gefragt ob du vielleicht zeit ist für so ein bürgermeister an also mein blau bär hatte ich noch überhaupt keinen kontakt groß nee er hatte mit mir ach so er hat von hören sagen kinder sie wahrscheinlich wahrscheinlich ja man hat auch gemeint sie werden ein bisschen erfahrener durch ihre lebensart ja so volker einmal für dich dankeschön bitteschön so ich teils ich warte ein bisschen kalter kaffee macht schön okay muss ich mir mal merken ja ja es hilft noch nicht wenn du mich anguckst deswegen trinke ich ein schwarz aber passt auch nicht so was hattest du jetzt gemeint björn zum gemeinderat ja da muss was passieren auf jeden fall er tut zu wenig und es kommt zu wenig meine einstellung sie tun viel geld ausgeben ja ich habe vorhin auch zum volker schon gesagt ich bin der meinung erst müsste aber ein bürgermeister neunschel betreten der bürgermeister zeitintensiv wollte ich gerade sagen also wenn ich das mal hier sehe unseren hof mit feldern und produktion also ich hätte nicht die zeit dieses amt zu übernehmen das auch schwierig wie sieht es dann bei ihnen aus verkündet ich bin ehrlich gesagt froh dass ich das was mein vorgänger der müller mir hinterlassen hat langsam wieder im laufenden habe war das so ein chaos es war so ein chaos und kein geld mehr auf dem konto momentan bin ich noch in den roten zahlen aber es wird langsam und sie haben auch ordentlich kredit aufgenommen ja 1,5 millionen glaube ich ja wie ich ja mitbekommen habe durch die völker der müller hat ja am fluss hin die maschine verschenkt die gerätschaften wo man hatten der hat mir am ende noch einen mb-truck hingestellt mit einer düngesteuer glaube ich keine ahnung ich bin aber aus dem urlaub zurückgekommen kein einziges fahrzeug mehr am hof außer mein auto nur wo ich dabei hatte im urlaub ja 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 der war auch von heute auf morgen war er weg ne ja 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 da war irgendwas mit strafe folgen glaube ich ja ja irgendwie so was irgendwie habe ich da auch was mitbekommen also ich weiß vom stefan müller dass der auch nicht so gut auf dem gemeinderat zu sprechen ist das hieße bezüglich amtsenthebung oder sowas in der richtung hätten wir wahrscheinlich genügend stimmen beisammen bestimmt da wären wir ja mindestens fünf leute aber die nächste sache ist wer stellt sich neu auf für den gemeinderat volker im notfall würde ich übergangsweise selber machen wir drei wir drei wir drei wenn das einer mitkriegt dann denkt jeder das ist eine verschwörung ja jetzt ist der kaffee gut und als bürgermeister am besten eine neutrale person aber wer ist denn neutral ich hätte eventuell jemanden auf einer anderen gemeinde mal fragen ob der da interesse hätte bürgermeister zu machen kennt man den ähm nein noch nicht jörn ja ja eine überlegung wert bevor sich hier gar nichts mehr tut ja ist zwar relativ jung muss ich sagen hat aber auch schon einige erfahrungen wenn er sich mal vorstellt kann man ja mal gucken ich glaube bestimmt hin kann ja mal außerhalb telefonieren kann ich ja mal kurz übernehmen ja wenn er heute schon telefonieren kann wäre auch in Ordnung ja kann ich mal kurz probieren Moment jetzt haben wir ein Autotelefon mach mal in Ruhe naja bin ich mal gespannt mhm aber wäre vielleicht eine Option naja ich meine wenn er ihn kennt und er vertrauenswürdig ist ja und der Gemeinderat kriegt eine Person vor sich gesetzt quasi ja zumindest ein Controlling ja oder man lässt halt den Gemeinderat erstmal bestehen und macht dann noch eine dritte Person dazu ja so wie es eigentlich war weil ich weiß auch nicht auch darum haben sie sich ja nicht gekümmert stimmt es ist alles liegen geblieben ja ja schade eigentlich man man mhm 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 freundlich mhm mhm ich telefonier mal kurz ja mach das klingelingeling klingeling klingeling mhm 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 in Anführungsstrichen gegen den aktuellen Gemeinderat? Also ich wäre eigentlich dafür. Dafür, dagegen? Das war erstmal auszuprobieren. Okay. Und dein Mitarbeiter? Ich meine, der kennt dich wahrscheinlich noch nicht so gut, aber... Ja, ich stelle mal auf Lautsprecher. Hallo? Manuel? Was? Hallo, Volker hier. Servus. Ja, Opa, ja. Ah, Oberhauser, ja. Servus, ich wollte mal fragen, wie es dir so geht in der Gemeinde? Gut. Gut. Freut mich. Den Gemeinderat hast du den schon kennengelernt? Nee. Ah, okay, auch interessant. Werden hier neue Bürger nicht mehr begrüßt? Nee. Das war zu meiner Zeit noch anders. Keine Qualität mehr. Wir sind gerade dabei zu gucken, dass wir die Gemeinde wieder ein bisschen vorankriegen. Wir sind ein paar engagierte Bewohner und würden uns eventuell mal ins Gefecht mit dem Gemeinderat stürzen. Okay. Ich weiß auch nicht. Wenn sie den noch nicht so kennen, dann sind sie wahrscheinlich eher zurückhaltend, nehme ich an. Was soll ich da zu denn sagen? Ihre Meinung. Ja. Ja. Okay. Die sind nicht so aussagekräftig. Nee, ist auch kein Problem. Wenn sie die noch nicht kennen, dann können sie sich natürlich auch kein gutes Urteil erlauben. Das ist ja selbstverständlich. Wer ist es denn? Der Herr Diesel ist aktuell Gemeinderat und der Herr Neumann. Ah, I. A, I? Okay. Kennen Sie die doch? Ja, halt von Bauern her. Ah, okay. Dass die arbeiten, aber dass die im Gemeinderat sind, das wusste ich noch nicht. Okay. Ja, interessant. Ja, vielleicht wird auch nach Ihrer Stimme gefragt, wenn es um eine Amtsenthebung oder sowas geht. Okay. Weil jeder Bürger hat ein Stimmrecht. Mhm. Okay, gut. Passt erstmal. Ja. Passt. Ja. Bauchst du gerade noch und was heißt denn, wir stehen gerade als gespannt schon bei dir unten am Hof, weil eine Stunde, also die Nacht bin ich bin jetzt gerade noch mit dem Krüger und mit dem Björn am Schnacken und dann kommen wir runter. Jo. Also, dass wir mal rechtzeitig morgen früh anfangen können. Ich ist gespannt und noch du hast irgendwas gesagt in den Kabinen mit der Tatra und der der Farmtech Anhänger. Aber den Tatra habe ich gerade dabei. Achso. Mit dem komme ich dann wieder. Jo. Gut. Äh, bedient euch, gell? Küche müsste offen sein. Ah ja, alles gut. Gut, bis denn mal. Ciao, ciao. Ciao. Hat ein bisschen länger gedauert, ne? Oh, es geht. Ja, der Müller ist auch ein bisschen... Also Müller wird sich auf jeden Fall nicht bereit erklären, irgendwelche Positionen zu übernehmen. Aber er wäre auch auch dafür, gegen den Gemeinderat zu sein. Okay. Okay. Erreicht haben telefonisch nicht. Ich habe ihm das WhatsApp geschrieben und warte da nur noch auf Antwort. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Wenn nicht heute, dann vielleicht in der Woche oder so. Ja, übermorgen oder so. Das schon. Ja, eben. Dann telefonieren wir morgen früh nochmal oder so. Ja, können wir machen. Würde ich sagen. Ja. Okay. Alles klar. Okay, Volker, dann würde ich jetzt runterfahren zu dir und... Das könntest wahrscheinlich direkt ans Feld stellen, an die 107, glaube ich. Die 107, ja, kann ich machen. Das ist zu B. Und den LKB brauchst du ja nicht, oder? Welchen? Das Gespann gehört dazu. Das Gespann gehört dazu. Ach so, nee, den Anhänger... Damit kannst du zum Hof fahren, um den Service zu machen. Ja, okay, machen wir das auch. Ja, den Anhänger brauche ich nicht. Oder lässt den Anhänger dort stehen, ist mir auch egal. Kommt ja nichts weg, eigentlich. Eigentlich nicht. Okay. Gut. Okay, wir sehen uns in seinem Beruf. Bis dann, ciao. 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 Wird schon wieder dunkel, ey. Schon wieder dunkel. Nichts geschafft, ey. Die rennt. Hä? Die rennt. Ja. Äh, so. Ich verabschiede mich aber auch erstmal. Ja. Volker, melde dich, wenn du was Neues hörst. Mach ich. Und dann können wir ja weiter schnackeln. Jawoll. Bis dann, ey. Gute Nacht später. Ja, dir auf. Ciao. So, liebe Leute, auch an euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, was gerne einen Leiter abgibt und ein Dada. Schaut morgen wieder rein bei den nächsten Folgen. Wir fahren und alles noch zu mit 12. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ich muss leider doch schon weiter. Warte mal. Wir haben Blauberg. Ja, du, soll ich das Strom mal mitnehmen? Ähm, nee, ich lade das um. Dann schmeiße ich das bei mir ins Silo und dann kann ich anfangen. Ah ja, okay. Gut. Bis dann. Danke trotzdem. Ciao. Ciao. So, also. Haut rein. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.